Hallo zusammen, ich bin Sven Wassmer, stolze Botschafter von ShareYourFood. Das ist eine Nachhaltigkeitsaktion mit Tiefgang, die vom SOS Kinderdorf gemeinsam mit Best of Swiss Gastro lanciert wurde. Ich persönlich als Spitzenkoch und als Papi eines Sohnes war es eine Herzensangelegenheit, dass ich das Mittel unterstütze, wo es nur geht, Geld sammeln. Es ist einfach unglaublich, dass weltweit immer noch so viele Leute an Hunger leiden müssen. Das kann es wirklich nicht sein. Wir haben tagtäglich mit Essen zu tun. Es liegt auch in unserer Verantwortung, dass wir mit dem nachhaltig umgehen. Darum finde ich das eine absolut geniale Sache. Jeder Franken zählt. Bitte macht auch ihr mit und dafür sorgen, dass wir uns gemeinsam zusammen tun für eine bessere und hungerfreie Welt.